Wo geht denn insgesamt so der Trend die Richtung hin im Bereich Küchendesign? Also wir finden, dass es wieder zurück geht zum Ursprung, also wirklich, dass man erdige Materialien, ehrliche Materialien in die Küche einbaut, so wie das Altholz da, wie der Stein, wie das Eisen und das wirklich kombiniert mit ganz puristischen Formen, auch in dem Bereich mit den wirklich schwarzen Geräten und dem ganz puristischen Weiß.